Du wärst überrascht, dass du den Dunlop missst. Aber irgendwann muss ja jeder mal anfangen, 0-15, die überhaupt erst einmal gewonnen hat gegen Steffi. Das war vor zehn Jahren gegen die 14-jährige Steffi in Brisbane. Danach 19 Niederlagen. Lover verloren, 1989 in Australien, in Melbourne, gegen Steffi verloren, das Finale. Für Steffi Graf sind diese unentwegten Angriffe nichts Neues. Ich weiß, dass Helena ihr Spiel mischen wird, angreifen wird.